Ach, der Müller. Entschuldigung, mein Nachbar. Was hat denn der gerade gekauft? Den Philips. Full HD mit 4 Billionen Farben. Haben Sie den mit noch mehr Farben? Nein. Dann nicht zwei. Unser Philips LED TV mit den sattesten Farben für 100.199 Euro. Jetzt bei... Ironics. Best of Electronics. So. Ach, Ambilight hat er auch. Nehme ich auch zwei. Oh.